Willkommen zurück meine lieben Zuschauer bei Pokémon U. Im letzten Part haben wir einen Fleckmon gefangen. Und andere Dinge, die nicht so wichtig sind, wie dass wir Fleckmon gefangen haben. Dementsprechend, ihr wisst ja sowieso, was passiert ist. Wir haben ein paar Pokémon gefangen und sind jetzt auf einer Mechik gefahren mit lauter lustigen Ziegen, die hier durch die Gegend hüpfen und mich glücklich machen. Dementsprechend ist ja alles ganz gut gelaufen. Okay, gucken wir uns mal ein bisschen hier oben. Das da oben sieht ein wenig verdächtig aus. Oh, es ist sogar verdächtig, denn da steht ein Busch. Ein Busch, der mich in meiner Reise behindert, deswegen mag ich ihn nicht. Würdest du bitte verschwinden, Busch? Ich danke dir. Dieser Busch. Gut, wir waren etwas zu brutal zu ihm, aber das war gerechtfertigt, glaube ich. Wir haben einen Duftbeutel gefunden. Mein Gott, ist das schon wieder der Typ, der überall seine Furzbeutel verteilt? Oh mein Gott, das ist schon irgendwie ein komischer Typ. Aber naja, ich weiß es nicht. So, was ist denn mit den Mechikits? Jetzt irgendwie, kann ich da mich irgendwie draufsetzen? Okay, ja, so hört sich ein Mechik an in freier Wildbahn. Nein! Ja, so muss Reiten sein, Leute. Und nicht wie der Drehhorn. Der Drehhorn war ja schon fast am Sterben, während es gelaufen ist. Das Mechik geht hier ab wie ein Zipfchen. Meine Herren, ist das toll. Kann ich da jetzt... Nee, ich kann hier nicht raus. Verdammt! Wir machen das so wie bei Ocarina of Time. Wir springen einfach über den Zaun rüber. Geht es? Es geht! Juhu, Freiheit! Mein Mechikel! Oh mein Gott, ist das awesome. Ähm, okay. Vielleicht sollten wir da aber doch nochmal mit den Leuten aus dem Haus da reden. Ich weiß, dass ich mich gerne ein paar kostenlose Items abstauben möchte. Aber wie cool ist das denn? Nein, das ist toll. Nee, ich wollte nochmal in das Haus hier reinschauen, denn... Ja, da waren wir noch nicht und... Wahrscheinlich muss man dann geringe Gebühr für bezahlen. Hallo! Ich liebe meinen Mechike so sehr, ich kann seiner Anziehungskraft einfach nicht widerstehen. Vielleicht kannst du ja anhand dieser TM verstehen, wie ich mich fühle. TM 45 Anziehung. Seht ihr, ich kriege wieder Gratis-Zeugs. Das ist halt immer so, ne? So. Wenn ein Pokémon des anderen Geschlechts unter dem Einfluss der Attacke Anziehung steht, verliebt es sich und greift eventuell nicht an. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn Grebbit diese Attacke einsetzt, wie kann man das rechtfertigen? Da müsste die TM einfach nicht funktionieren. Einfach aus Prinzip. Während du auf einem Miegel reitest, kannst du keine auf dem Boden liegenden Items aufheben. Das widersprich ja auch allen guten Manieren. Stimmt, das ist natürlich die Werte. Warum lebt hier ein Wanderer mit einem kleinen Mädchen? Das macht mir Angst. Ich behalte das im Auge. Wirklich, ich behalte das im Auge. Das ist irgendwie... Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Wo sind die Leute, die die Farm betreiben? Das würde mich jetzt eigentlich auch mal... Nee, eigentlich nicht. Kann ich mir einfach so ein Mihikel abgreifen. Das hat auch so einen Münzschlitz wie Rihorn. Nein. Und diese Musik dazu auch noch. Das ist so großartig. Wisst ihr? Ich habe das Reiten ja erstmal schlecht geredet. Kann ich jetzt eigentlich... Aber so ist es toll. Warum nicht gleich so? Warum diese unnötige Rihorn-Sequenz? Das hat das Ganze irgendwie so ein bisschen... Weiß ich nicht. Das hat ins schlechte Licht gerückt. Aber das ist großartig. Das ist so toll. Ich reite auf einer Ziege. Und ich fühle mich gut dabei. Oh ja. Moment, kann ich da rüber springen? Ja, kann ich. Awesome. Wir können sogar über so kleine Vorsprünge hüpfen. Was ist jetzt eigentlich, wenn wir jetzt einfach wieder zurückgehen würden? Würde das Mihikel dann hier... Ein Leuchtstein. Würde das Mihikel dann einfach hier stehen bleiben? Boah, ich glaube, das wäre voll der Gamebreaker. Überlegt euch mal, wir gehen jetzt zurück und holen alle Mihikel, die da sind und bringen die hier hin. Weil man kann ja dann nicht mehr wieder zurück. Man kann die Mihikels ja nicht einsammeln. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Man setzt einfach alle Mihikels da oben hin und geht dann zurück. Oder respawn die, wenn man das Spiel neu lädt. Ich weiß es nicht. Okay, das ist toll. Was ist denn hier? Das sieht ja verdächtig aus. Okay, da kann es nicht rein, weil da ist es leider zu fett. Schade. Fette Ziegen. Ein Sahnehäubchen. Ja, das ist so toll. Ich bin das Sahnehäubchen auf dem Mihikel. So, okay, los geht's. Oh, das macht mich glücklich. Oh, das ist so toll. Wir müssen jetzt nur noch wirklich über Zäune springen können. Das hätte irgendwie was. Guck mal, guck mal, ich hab Mihikel und du nicht. Ah, du Pfeife. Oh, das ist toll. Moment, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Oder geht's hier gar nicht weiter? Wie, das war es jetzt schon? Beantwortet hier einige Fragen. Nein, mache ich nicht. Lass mich hier reiten. Was zur Hölle? Das war es anscheinend schon. Weil ich komme jetzt irgendwie... Oder kann ich... Moment. Kann ich damit fliehen? Kann ich das wirklich hier abziehen einfach? Nee, da komme ich nicht hoch. Komm ich da... Nein. Das geht nicht. Aber ich will es mitnehmen. Es sollte wirklich die VM reiten geben oder so. Moment, kann ich nicht einfach hier hoch? Nee, da komme ich... Nee, ich glaube, man kann es wirklich nicht mitnehmen. Ja, schade. Oh, hier. Oh mein Gott. Nein, es ist so gut. Mein Mihikel. Moment, du bleibst mal kurz... Kann ich gegen dich kämpfen? Das wird mich ja interessieren. Ja, die will kämpfen natürlich. Wird auch wieder Zeit. Ich werde dir jetzt mal zeigen, wozu mein Team und ich fähig sind. Boah, ey. Das ist Pokémon-Züchterin Sophie. Ja, ich bin gespannt. Ein Vipitis. Was ist denn ein Vipitis? Es ist eine Schlange. Und Schlangen-Pokémon sind irgendwie nicht so mein Fall. Deswegen töte ich sie meistens nicht. Aber in diesem Fall mache ich mal eine Ausnahme. Ähm. Ja, Vipitis, das sieht aus wie Gift. Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach Biss. Weil Biss ist das Einzige, was ich wirklich beherrsche. Und wir sprechen Gift-Schock. Du willst einen Stein vergiften. Wie willst du das denn anstellen? Das funktioniert aber nicht, mein Freund. Ich weiß nicht, wer das schon mal hinbekommen hat. Einen Stein zu vergiften. So, okay. Ähm. Tja. Hilft ja nix. Moony. Ich würde sagen, Schlangentöterin ist der neue Titel für dich. Ich möchte weiter reiten. Können wir das bitte schnell zu Ende machen? Ich liebe dieses Reiten. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Okay. Ich finde das nicht... Ne, das finde ich nicht gut, dass du einfach meine Moony vergiftest. Hallo? Was ist denn in dich gefahren? So geht das aber nicht. Okay. Dann musst du jetzt Moony's Zorn spüren. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Schon wieder? Okay. Ich hätte vielleicht doch... Ich hätte vielleicht kein... Oh mein... Oh mein Gott. Es wird am Gift sterben. Nein, Moony, nein. Überlebe es. Du musst leben. Wir wechseln jetzt schnell. Vielleicht tötet das Gift sie nicht. Okay. Das klingt etwas optimistisch, aber wird schon. Nein. Nein. Nein, Moony. Ich kann doch nicht ohne dich leben. Okay, das ist schlecht. Tja, dann Kyro reche sie. In meinem Namen. Und es kommt eine dicke Kuh. Das ist, äh, ja. Unerwartet. Aber gut. Glut. Gut, Glut. Body Slam. Ich werde jetzt zermatscht. Zwischen Eutern. Das war eigentlich nicht mein Plan für heute. Das war auch nicht mein Plan, dass... Was ist ein Miltank? Miltank ist normal, oder? Das ist schlecht. Hier, kriegst du mal hier einen Feuerwirbel. Was sagst du dazu, oder? Och, Kyro stirbt auch. Ähm. Ich verfolge gerade keine gute Taktik, muss ich dazu sagen. Das reiht man mich zu sehr abgelenkt. Tja, dann muss ich gleich doch nochmal wechseln. Wechseln wir mal... Zu... Den... Den... Ein kleiner Hamster ist der perfekte Gegner für eine riesengroße Kuh. Hab ich gerade mal so beschlossen. Und was ich beschließe, das ist normalerweise... Nicht gut. Das weiß ich, aber es wird schon passen, denke ich. Walzer. Ja, eine Kuh, die mit einem Hamster tanzt. Das ist durchaus eine sehr tolle Vorstellung. Du wirst jetzt erstmal paralysiert, mein Freund. Ich glaube, die Parabola hat er jetzt auch schon getan. Aber, mein Gott, es ist mir jetzt auch egal. So, außerdem brennt es ja noch, oder? Oh, kannst du dich eingreifen? Oh, schade. Okay, Parabola, du. Beenden wir es. Ach, ach. Ja, sehr schön. Auch wenn Mooney mittlerweile zwischen den Engelschören weilt, ist das durchaus einigermaßen gut über die Bühne gegangen. So, ein bisschen Erfahrung. Schön. Verloren. Offenbar harmonieren du und dein Team besser miteinander als wir. Das stimmt. Ja, denn ich kümmere mich um meine Pokémon mit Liebe und Hingabe. Das ist keine Sklavenarbeit bei mir. Mein Vipitis und mein Miltank sind für mich wie eine Familie. Eine komische Familie, durchaus. Tja, ich glaube, ich muss mich mal kurz bei Mooney entschuldigen. Sowas passiert halt schon mal im Eifer des Gefichts. So. Haben wir Beleber noch? Ich glaube, wir haben Beleber. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ja, wir haben Beleber. Okay. So, und dann müssen wir nochmal Balgoras heilen. Es ist ja so, ich habe ja so viel Geld, da kann ich auch mal hier so ein paar Items aushauen. Das ist ja schon. Ich bin mir halt für meine Pokémon für nichts zu schade. So ist das. So, da noch einmal, da noch mal. Außerdem habe ich keine Lust zum Pokémon zu suchen. Ich gebe zu, es ist einfach Faulheit. Aber das muss ja keiner wissen. Jetzt wisst ihr es eh. Ach, ist auch egal. So. Pokémon haben wir ja eigentlich schon alle gesehen, glaube ich. Aber ich kann ja trotzdem nochmal gucken, was jetzt hier nochmal kommt. Das haben wir ja letzte Mal eigentlich gefangen, weil ich ja grandios die Drachenroute benutzt habe und nicht verstanden habe, was deren Sinn war. Weil ich nicht lesen kann. Ja, jetzt wisst ihr es. Es gibt halt viele Schwächen, die ich habe. Aber ja, die meisten wissen halt nichts davon. So, Felsgrab. Bin ich stark dafür. Wobei Drachenroute, wie gesagt, das ist bei so Trainerkämpfen vielleicht auch gar nicht so schlecht. Einfach aus dem Grund, dass man dann schön, wenn ein Pokémon kommt, was effektiv gegen einen in das eigene wäre, dann einfach mal wechseln kann. Ja, ich weiß, das ist total logisch, aber trotzdem. Ich bin klug, lasst mich. So, bis. Ich weiß gar nicht, ob das gerade so schlau ist, weil Balguerast ist gerade auch schon wieder lädiert. Weil Balguerast sich nicht anstrengt. Das geht normalerweise. Ja, das finde ich gut. Das sollte reichen. Dann fangen wir es heute endlich mal. Es hat letztes Mal dreimal nicht geklappt. Äh, Luxusball? Ne, das ist mir jetzt zu schade. Hier kriegst du einen Superball. Dann bist du ja auch zufrieden. Gibt auch nachher Kaffee und Kuchen oder so. Käsekuchen vielleicht? Käsekuchen ist immer gut. Kann man nichts gegen sagen. Damit lässt sich auch ein Taurus locken. Ja, anscheinend schon. Käsekuchen wirkt immer, wie ihr seht. Selbst Pokémon mögen Käsekuchen. Durchaus verständlich. So, wir haben Taurus gefangen. Und Taurus ist ein Normal-Pokémon, glaube ich, ja. Wenn es Teki einsetzt, geistet es mit seinen drei Schwänzen, wiederholt seinen Körper. Ja, durchaus interessant. Möchtest du dem Taurus einen Spitznamen geben? Ich hätte es ja fast SM genannt nach der Beschreibung. Aber nein, das lassen wir lieber. Okay. Gut, 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 gut. Ich will mein Mehikel mitnehmen. Kommen dann eigentlich keine Pokémon-Kämpfe, wenn ich da durchreite? Wahrscheinlich nicht. Mein Gott, diese Immunität. Na, was willst du machen? Hä, was willst du machen? Bin ich zu schnell für dich, hä? Kannst du mich nicht herausfordern? Nö, 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 nö. Okay, ist egal. Dann mal los. Ich habe Pech gehabt. Meine Käfer-Pokémon sind heute besonders gut in Form. Ich habe Pech gehabt, aber Käfer brennen auch besonders gut. Aber sagt es keinem. Eine Herausforderung von Teenager Ethan. Ein Yanmar. Was ist denn ein Yanmar? Ein Yanmar ist eine hässliche Libelle. Na gut, hässlich ist sie eigentlich nicht, aber ist ja auch egal. Ähm, tja. Weißt du was? Hier, nimm das mal wieder zurück. Das kann ich nicht überhaupt nicht haben. Ich möchte es jetzt einfach nur mal machen. Hä? Hat es abgehört? Wieso tust du sowas? Das habe ich dir aber... Moment, eigentlich müsste doch Felsgrab da doch sehr erfolgreich sein. Ist doch Fluch, oder nicht? Oh ja. Das war gemein. Sogar ein Volltreffer. Tja, Balguas ist jetzt so ein bisschen aufgewärmt langsam. Passt schon. Ein Rollum. Das kenne ich irgendwoher. Ist das nicht sogar... Nein, ich weiß es nicht. Aber da es Käfer-Pokémon sind, setze ich jetzt einfach mal Kyro ein. Dann kann Kyro es mal schön verbrennen. Übrigens, dieser Knosp ist ja nicht mehr weit zur Entwicklung. Ich meine, dass dieser Knosp die Entwicklung auf 32 macht. Und dann können wir uns mal die Mega-Entwicklung angucken. Das wird ja, glaube ich, auch mal lustig. So, Rollum. Ich glaube, das Schutzschild... Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Was versuchst du damit zu erreichen? Was ist seine Taktik? Ich weiß es nicht. So. Sehr effektiv. Weiter so. Käfer-Biss. Das war... Ja. Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Fast. So. Glut. Man hat sich das auch. Okay. Ich war aber auch irgendwie nie so ein Fan von Käfer-Pokémon. Ich weiß nicht warum. Die ist so tot. Das war die Meinung. Das kippt um wie ein Sack Reis. Motorpill. Ja, komm. Hol mir nochmal Zwiebelsalat. Na, Zwiebelsalat ist nicht so gut gegen Käfer-Pokémon. Lassen wir das mal erstmal so. Ach, das ist eine Motte. Die habe ich aber auch noch nicht gesehen, glaube ich. Was ich meine, die habe ich noch nicht gesehen. Zack. Au. Tja. Ne, so viel dazu. Seine Käfer-Pokémon sind wunderbar in Form. My ass. Geht aber theoretisch besser. So, Level 32 für Kyro. So, aber soweit ich weiß, entwickelt sich Kyro noch nicht. Ich glaube, der entwickelt sich erst auf 36. Da hast du Glück gehabt. Meine Käfer-Pokémon sind heute offenbar doch nicht so gut in Form. Aber super in Form gepresst von mir, würde ich mal sagen, oder? Also, da könnte man glatt Fischstäbchen draus machen. Du und dein Pokémon-Team, ihr macht echt ernst. Sowas merke ich sofort. Das meine ich ernst. Ja, ist okay. So, und jetzt werde ich total, äh, ne? Like im Boss an ihm vorbeireiten mit meinem Mihikel. Und, und, äh, lasse noch hier so ein bisschen Staub da. Damit er sich richtig schön schlecht fühlt. So. Tipps für Trainer. Vor allem Attacken können auch von kampfunfähigen Pokémon eingesetzt werden. Allerdings nur außerhalb von Campen. Was ist das denn? Wie? Das ist ja richtig fies. Weißt du, das Pokémon ist übelst verletzt, total down. Aber da muss es noch irgendwelche Hecken schneiden. Wie hat sich denn das ausgedacht? So, ich möchte hier auch nochmal gucken. Weil das sieht irgendwie verdächtig aus, dass es hier was ganz Tolles gibt. Einen Anton vielleicht. Nein, einen Anton habe ich leider verpasst. Aber ich werde es mir noch holen. Skaraborne. Haben wir Skaraborne schon gefangen? Ich meine, das haben wir letztes Mal getötet. Unabsichtlich. Aber, Moment, Balgras hat letztes Mal richtig auf die Fresse bekommen, glaube ich, von Skaraborne. Das war eher nicht so schön. Aber wird schon passen. Zermürben. Äh. Okay. Ne. Ne. Passt. Okay. Für Schaden macht es. Das ist nicht sehr effektiv. Dann eventuell geste... Moment, das ist doch Kampf. Ist das nicht Kampf und Käfer? Ach, ich habe keinen Plan. Ich habe es ja noch nicht gefangen. Zack. Ja, ein Feuertreffer. Einen Biss noch und dann hat sich das... Wobei... Oh, konnte... Nein, 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 mein Balgras. Bleibt doch... Bleibt doch bei mir. Warum wollt ihr alle so schnell sterben heute? Tja, dann zieh mir Salat. Du darfst dann mal. Wobei, es ist ja voll schlau, dass gerade gegen einen Käfer... Egal. Wir schläfern es ein. Das war ja mein Ziel. So. Du bist ja bestimmt schneller. Wusste ich es doch. Aber es währt ab, weil... Warum? Ach ja. Es hat ja diese Überreste. Ey, die sind voll gut. Wenn das nach Räder... Das ist ja wie so ein integrierter Egel-Samen eigentlich. Das ist durchaus praktisch. So, gut. Dann machen wir heute aber nicht so ein Fangpad draus. Wir wollen heute wieder so ein bisschen voranschreiten. Aber das fangen wir auf jeden Fall noch. Und dann geht es weiter. So, und... Das ist ja ein richtig geiles Item. Theoretisch könntest du ja dann irgendwie ein Pokémon einschläfern. Und dann machst du das die ganze Zeit so. Du schläferst es immer wieder ein. Er heizt dich voll und gib ihm. Das ist ziemlich lame. Aber ich glaube... Aber solche Items funktionieren im Online-Kampf gar nicht. Soweit ich weiß, oder? Ich glaube, das ist da verboten. Oder es geht einfach nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Ich habe nie wirklich Online-Kämpfe gemacht im Pokémon, muss ich sagen. Keine Ahnung. Hat mich irgendwie nie so interessiert. Ja, vielleicht in Zukunft mal. Zipersalat. So, und einen Eintrag für Skaraborn. So, ist das jetzt wirklich Kampf und Käfer oder nur Käfer? Ne, Käfer und Kampf, sage ich doch. Mit seiner herkundischen Kraft kann es Objekte, die hundertmal sein Körpergewicht haben, mühelos umwerfen. Herkundische Kraft. Gibt es dieses Wort wirklich? Bestimmt. Und wenn nicht, dann ist das ja, glaube ich, dichterische Freiheit oder so. Was auch immer. So, Mihike. Ich finde es schön, dass du mal da stehen bleibst, wo ich dich brauche. Moment. Gegen dich möchte ich auch noch kämpfen. Hallo. Na? Na? Ach du Scheiße. Was bist du denn für ein Freak? Ist das ernsthaft so, dass er wirklich die ganze Zeit an seinem Taurus riecht? Bestimmt dann noch an Regionen, wo ich gar nicht wissen möchte. Ach, ist doch egal. Was zur Hölle. So, das ist aber auch irgendwie cool. Sango? Haben wir das schon mal gesehen? Ich meine nicht. Du schläfst jetzt halt erstmal, ne? Bin ich der Meinung. Und dann halt nicht. Es hat genug geschlafen heute. Das ist noch lange kein Grund, mich dafür zu vergelten. Außerdem habe ich Überreste dabei, die anscheinend ewig halten. Ihr seht es mal, ne? Ein, sag ich mal, angebissener Apfel kann ein Pokémon über Jahrhunderte ernähren. Könnt ihr mal sehen. Pokémon sind echt genügsame We- Was? Übertreib es nicht, ja? Das ist noch am Wachsen, das Pokémon. So. Gut. Haben wir es zumindest eingesteht? Was wechseln wir mal? Wechseln wir mal auf... Äh, ja. Balgoras hätte ich gesagt. Aber Balgoras ist leider schon irgendwo... Woanders. An einem besseren Ort, könnte man sagen. Wobei, ich weiß nicht, ob der Ort unbedingt besser ist. War so ein T-Rex im Himmel? Das hätte schon irgendwie was. Falls er überhaupt in den Himmel kommt. Das weiß ich nicht. So. Übrigens habe ich von Moony ein grandioses Bild bekommen. Wenn ich es nicht vergesse, will ich das gerade mal kurz ein. Denn ich hatte ja gemeint, ich würde Balgoras gerne in einem Smoking sehen. Und Moony hat es tatsächlich umgesetzt. In einer grandiosen Art und Weise. Es ist toll. So muss es sein. Moony hat es einfach mal perfekt, meine kranken Gedanken umzusetzen. Das muss man auch drauf haben. Fühlst du dich dabei gut? Ganz ehrlich. Sengu. Dieses Pokémon ist schon irgendwie bitter. Machen wir mal hier Paraboladung. Weil ich ja total unkreativ bin, dementsprechend. Ja, passt. So. Gibt noch ein bisschen Life. Zwar nicht so viel, aber sollte schon passen. Sengu. Das Pokémon kenne ich aber auch noch nicht. Zwar bestimmt schon etwas älter. Weil ich keinen Plan habe. Ein Tauros. Nö. Ich möchte weiter kämpfen. Das wird schon damit zurechtkommen, denke ich. So. Bedroher von Tauros. Ich fühle mich aber nicht bedroht. In keinster Weise. Wangenrubbler. Genau deswegen nicht. Zack. Tauros ist aber auch, glaube ich, ein cooles Pokémon zum Reiten irgendwie. Allgemein wäre es cool, wenn man dauerhafter Pokémon reiten könnte in diesem Stil. Dann wäre das wirklich ein geiles Feature. Wobei, wie gesagt, das hat sich dadurch, dass es jetzt so ist, wie es ist, mit dem Higa, sich das so ein bisschen rehabilitiert. Dadurch mag ich das Feature jetzt wieder. Das mit dem Rehorn war halt unnötig. Das hätten sie auch sich sparen können. So. Du bist paralysiert und kannst nichts machen. Na, das sage ich doch. Seht ihr. Das ist immer mit Ansage. Wenn ich das sage, dann ist es auch so. Finde ich gut. Dieses Spiel hört auf mich. So. Dann heile wir uns voll. Wenn du nichts dagegen hast. Bin ich der Meinung, dass es immer ganz gut ist? Na, nicht ganz voll, aber passt schon. Verfolgung. Tja. Jetzt wäre es mal bei deinen Leisten geblieben, ne? Und Boylenhelm. Stimmt, den gibt es ja auch noch. Das Problem ist, ich muss Balgoros gleich mal wiederbeleben. Er ist noch so ein bisschen hinten dran irgendwie. Das ist nicht schön. Ich will ja nicht, dass er sich vernachlässigt fühlt. Bei so einem kleinen T-Rex, das kann schon mal böse enden. So, okay. Gut. Level 32 für Deden. Vielleicht lernt das ja auch nochmal was Neues. Ne, diesmal nicht. Joren besiegt. Jetzt sehe ich, dass mein kleines Ritual nichts weiter als Abergaube war. Du solltest das sowieso lassen. Wirklich. Das ist nicht, das macht man nicht. Das ist nicht richtig. Aber gut. Was würde ich darum geben, von meinem Team zu erfahren, welche Pflege es sich wünscht? Es will jedenfalls nicht, dass du da irgendwo dran rumschnüffelst, glaube ich. Das ist aber nur so eine Vermutung. So. Beleber. Wir müssen auf jeden Fall dann wieder einkaufen. Weil wir haben davon... Na doch, dann haben wir noch so ein paar. So. Und noch ein paar Tränke. Boah, ich bin übelst voll geworden. Normalerweise wäre ich jetzt ins Pokémon Center gerannt. Aber nö. Machen wir jetzt nicht. So, für dich einmal. Für dich einmal. Und dann passt es auch. Los, Mägel. Weiter geht's. Mein treues Ross. Auf den Weg zur nächsten... Nein! Wir können nicht weiter. Die Treppe des Todes blockiert uns. Ach, diese Treppe. Damn you! Stairs! Wie konntest du nur... Haben wir Zertrümmerer noch eigentlich dadurch? Ich hab doch, glaube ich... Moment. Ich glaube, wir haben ein Problem, oder? Ach, kein Pokémon von mir kann gerade Zertrümmerer. Ja, das muss ich jetzt irgendwie gerade mal beheben. Äh, Zertrümmerer. Das könnten wir gerade mal ein Pokémon beibringen. Kann das denn irgendwas... Ja, Moony wäre dafür geeignet. Balguras wäre geeignet. Zibersalat wäre geeignet. Was hat denn Moony, was die nicht braucht hier? Gibt's aber bestimmt auch irgendwas. Was brauchen wir denn nicht? Weil ich will jetzt irgendwie nicht jedem Pokémon diesen ganzen Quatsch beibringen. Hier, Blubstrahl. Na, wobei... Ach, Blubstrahl brauchen wir nicht. Näh. Das kann weg. Ja. Ja. Das kann weg. Da haben wir zumindest alles, was wir bisher... Ich glaube, aber Fliegen haben wir noch nicht. Wobei ich gar nicht weiß, ob man das überhaupt schon bekommt. Fliegen ist ja durchaus praktisch. So. Ja, möchte ich. Ja. Könnt ihr euch dieses Pokémon vorstellen, wie es einen Felsen zertrümmert? Ich auch nicht. Aber warum nicht? Es ist alles möglich in der Pokémon-Welt. Ach, ein Lithomid. Warum denn? Das kennen wir doch schon. Tja, Balguras. Weißt du was? Kick das mal weg mit deinem Schwanz. Das brauchen wir nicht. Können wir perfekt sagen, was wir von diesem Pokémon halten. Ach, dann fliegen wir halt normal. Mein Gott. Dann halt so. Machen wir jetzt diesen Angler hier platt. Der ist nämlich an meinem Angelspot. Hätte ich jetzt gesagt. Moment. Ein Item war da. Ist da vielleicht irgendwas? Ich habe eigentlich hier noch gar nicht geguckt. Moment. Das muss ich schnell machen. Ob hier irgendwas... Ja, guck mal. Ach, das hätte ich doch eigentlich sehen müssen da. Schau mal da. Da ist da noch was. Äh. Nicht hier? Wie? Wenn nicht hier? Wo dann? Oh, jetzt kommt ja noch ein Pokémon. Hier haben wir doch jetzt mittlerweile alles, denke ich. Oder was haben wir... Voltilam. Das möchte ich haben. Ein Voltilam möchte ich haben. Oh, Voltilam ist toll. Und Bildschirme gehen nicht aus. Ich hasse dich, du verdammter Bildschirme. Voltilam. Okay. Ähm. Ja, dann müssen wir jetzt... Die alle nacheinander totbeißen. Die sind ja nur Level 13. Das ist okay. Coole Sache. Okay, es reicht zumindest. Voltilam habe ich immer gemocht. Ist, glaube ich, aus der zweiten Generation. Aus Gläute und Silber gab es das, glaube ich, das erste Mal. Aber... Hm. Und, äh, ich habe mich letztes Mal so ein bisschen informiert. Einfach, weil es mich interessiert hat. Normalerweise habe ich das nicht gemacht. Aber, was es so für Mega-Entwicklungen gibt. Und, soweit ich weiß, hat Ampharos auch eine Mega-Entwicklung. Deswegen wäre das durchaus interessant. Was ich nicht mag, ist, dass mich Schafe paralysieren. Das ist, äh... Ich wollte ja übrigens auch ein wunderbares Pokémon zum Reiten, eigentlich. Mann, warum müssen eigentlich diese Gruppen an Pokémon immer irgendwelche Attacken haben? Und sich paralysieren, einschläfern oder verwirren? Das dauert dadurch immer so lang. Bombwollsaat. Okay. Das sieht so ein bisschen aus, als ob das Schafe sind, die so Headset aufhaben, oder? Fühlt ihr euch auch? Das ist irgendwie großartig, diese Vorstellung. Tja, natürlich, das Paralysieren kann ich angreifen. Was habe ich auch anders erwartet, dadurch... Das könnte eigentlich auch eine Speed-Apaktion sein, normalerweise. Normalerweise sieht sich das so perfekt an, weil das zieht sich jemand total. Das haben mir ja schon extra gemacht. Und das ist immer so, dass man gibt dir einen Trollen bei den Gruppenbegegnungen. So. Danke. So, nächstes Tod. Ja, das ist hier Wolle erntet, wie sie sein muss. Das war etwas brutal, aber so ist es halt. Hier wird eigentlich die Wahrheit gezeigt. Ein T-Rex, der Wolle erntet. Ein komisches Bild. Ach, hört doch mal auf damit. Wirklich. Ich will doch nur eins von euch fangen. Dann bin ich doch ein glücklicher Mensch. Dann bin ich zufrieden. Wieso stirbst du nicht? Tja, dann... Na gut, das lassen wir mal so. Und das ist dann ganz gut zum Fangen. Oh, die Initiative kann nicht weiter sinken. Ja, Arschkarte, würde ich sagen. Was macht ihr jetzt? Jetzt ist es vorbei. Okay, wenn wir noch zweimal wissen, das ist für mich nicht so gut. Coiler. Ach, jetzt die anderen Statuswerte. Wollt ihr mich komplett nackt ausziehen, wahrscheinlich, dass ich gar keine Statuswerte mehr habe. Dann macht ein Sonderstock über 9.000 Millionen, 12 Millionen Schaden, wahrscheinlich. Okay. So, eins noch. Wir haben es fast geschafft. Dann machen wir das mal hier. Das ist eigentlich... Ich würde mal interessieren. Was würde passieren, wenn wir jetzt die Klachenwut auf das eine Beutel am Einsetzen? Möchtet alle wegschicken oder nur auf das eine? Machen wir das aber nicht, weil wir alles umsonst, weil ich es nicht fange. So, fest. Zack. Natürlich reicht es nicht. Ich habe mich auch gewundert. So, noch einmal. Und das trifft mich gerade wieder so weit zurück. Warum macht es mir so schwer, ihr DJ-Scharfe? Eigentlich, ich dachte, dass ich das eine anders habe, wie die Schwanz, weil ich falsch geguckt. So, gut. Gut, schön. Darf ich dann jetzt? Gut, okay. Ein Superball sollte reichen, ich denke. Das ist Level 13. Die Frage ist halt, wie soll ich das irgendwie? Vielleicht auch für ein anderes Team oder so, weil ich mag Voitilamm und Ampharos eigentlich total. Gut. Das haben wir zumindest mal. Dementsprechend hat sich das doch einigermaßen gelohnt. Voitilamm wurde gefangen. Unglaublich. Jetzt können wir all unseren Pokémon-Woll-Pullis stricken. Ist das nicht schön? Ja. Ich denke halt immer an mein Team. Egal, was ist. So. Es speichert viel Luft in seinem weichen Pelz. Dadurch ist es im Sommer kalt und im Winter warm. Das ist übrigens wie mein Hund. Das ist genau wie mein Hund. Der macht es genauso. Ähm. Möchtest du den? Wollte mein Hund eigentlich nicht. Mein Hund hat ja auch immer so ein dickes Fell. Und deswegen ist der im Sommer immer nie zu warm. Aber im Winter halt auch nie zu kalt. Ist total praktisch. So, aber wo ist denn jetzt das Item dann? Das ist jetzt die Frage irgendwie. Wo ist dieses verdammte Item? Ja, irgendwo hier. Ne. Hä, wo denn? Das verarscht mich doch, das Ding. Oder? Okay. Wisst ihr was? Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich muss weiterkommen hier. Deswegen. Mach's gut, Mihike. Vielleicht kannst du ja dich mit dem da anfreunden, wenn er nicht wieder an dir riecht. Weil sowas, da solltest du dir nicht gefallen lassen. Holo-Nachricht erhalten. Okay. So, wadnu. Ne, Sirena. Hey Bert, ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf von der Arena raus. Bereite dich besser gut drauf vor. Haben wir nicht letztens erst gekämpft? Mein Gott, du weißt auch mal, wann Schluss ist, oder? Irgendwie, anscheinend weiß ich es doch nicht. Schade. Okay. Guck mal hier. Als ich noch ein Kind war, habe ich in der Azurbucht einen Trainer mit einem tollen Ampharos gesehen. Ja, sehr schön. Und hier sind... Moment, hier ist irgendwo was. Irgendwo hier. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendwo hier. Wo, wo? Da, da in dem Stein. Ein Elixier. Was macht das? Ich weiß es nicht, aber ich freue mich trotzdem. Es ist auch immer gut, irgendwelches Zeugs auf der Straße zu finden, was man dann seinen Pokémon gibt, ohne vorher nachzuschauen. Ja, man kann stolz auf sich sein, wenn man sowas macht. So. Und das ist in seiner Tasche. Muss ich ihn jetzt beklauen. Ich habe die ganze Welt bereits in verschiedene Räucherstäbchen gesammelt. Eine dufte Sache. Hier kaufen wir halt mal. Sehr... Oh mein Gott. Ist das Zeug teuer? Äh. Bist du sicher, dass du nicht nur 0 zu 4 genommen hast? Oder bist du irgendwie auf den Zahlen ausgerutscht? Oder... Ich weiß es nicht. Vielleicht ist deine Schrift auch so unleserlich. Ach so. Jetzt ist natürlich die Frage. Tja. Erleitend, dass ein Pokémon trägt und das doppeltes Preisgeld bringt, wenn der Träger im Kampf teilt. Ich glaube, das müssen die Pokémon mögen, oder? Das ist das Problem an diesem Rauchzeug. Naja, nee. Möchte ich jetzt eigentlich nicht. Nö, tschüss. Mach du mal weiter da. So, was ist hier? Das ist ein Leuchtturm anscheinend. Okay. Gut. Dann gehen wir mal hier rein. Unaufgefordert. Hallo. Ach, dieses ganze Herumgereiserts-Trainer. Das muss doch furchtbar in den Kräften zehren. Ich finde es ganz entspannt. Ich sitze ja in meinem Stuhl hier und bin hier schön entspannt. Passt schon. Was meine Frau auch von sich geben mag, nimm es dir bitte nicht zu Herzen. Uns ist der Sinn für... Ne. Uns ist der Sinn für Abenteuer längst abhandengekommen. Im Vergleich zu uns bist du ein wahrer Held. Ein Seidenschal. Nein, wie hübsch. Ich habe meiner Frau früher öfter mal einen Seidenschal mitgebracht, weißt du? Aber den hier darfst du ruhig an dich nehmen. Der wird sich dir sicherheitsnützig erweisen. Ja, früher habe ich meine Frau noch geliebt, aber inzwischen ist einfach das Feuer aus und deswegen gebe ich dir jetzt den Schal. Der war eigentlich für sie gedacht, aber ich hasse meine Frau inzwischen. Die Scheidung geht auch nicht voran. Ich versuche ja mein Bestes, aber diese alte Schnalle will einfach nicht aufgeben. Der Ehevertrag, der ist halt scheiße, deswegen müssen wir uns da noch irgendwie einigen, aber... Ach egal. Eine Pierseffbeere liegt auf dem Tisch mit einem Memo daneben. Greif ruhig zu. Nimmst du die Pierseffbeere? Das ist bestimmt ein Trick. Gleich kommt ein Polizist aus dem Busch und er schießt mich. Na, wo bist du? Wo bist du, Polizist? Möchtest du ein Trinket geben? Nein. Auf dem Memo steht weiter und ich lege hier eine Beere pro Tag ab, wenn du mir ein Trinket gibst. Wenn nicht, dann werde ich dich finden. Mit Sicherheit. So. Ein junger Trainer auf Wanderschaft. Also was? Lass mich raten. Auch du willst dir alle Pokémon, die sich im Wasser befinden, angeln. Richtig? Sicher willst du das. Soll ich dir eine Angel leihen? Ich bin Profi-Angler und ich habe mehr Profi-Angeln, als ich jemals auswerfen könnte. Und ob! Das ist eine Profi-Angel. Los, wirf sie doch gleich mal aus. Yay! Eine Profi-Angel. Vielleicht können wir da mit Carpador-Angeln. Ja, zumindest schön. Ja, nee, machen wir jetzt nicht. Auch wenn sich das hier gerade anbieten würde. Aber ne, hab ich gerade keine Lust. So, was ist das denn hier? Die Küstenstation. Moment, was? Die Magnetbahn hält am Pokémon Center und bei der Pokémon Arena. Steigt doch ein. Oh, Arena? Das ging ja schnell eigentlich. Ja, machen wir gleich. Aber erstmal hier mit dem Bauarbeiter. Was geht eigentlich beim Kalos-Kraftwerk vor sich? Die Stromerzeugung für Illumina City läuft in letzter Zeit ihren Platz irgendwie auf Sparfremme. Weil, wie gesagt, die Putzfrau war das. Ich freue mich immer, die Magnetbahn zu nehmen, wenn ich ins Pokémon Center fahre. Juhu! Ja. Ich meine, es ist doch schön, wenn man daran Spaß hat. Wenn man keinen Spaß im Leben hat, dann lohnt es sich ja auch nicht. Siehst du, mit welcher Hingabe mein Carpador sein Poffel ist? Die Eid war wieder umsonst. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie ein Carpador ein Poffel ist. Aber gut, warum auch nicht? Hier ist doch bestimmt irgendwo was. Das sehe ich doch. Ja. Mein Spürsinn hat wieder zugeschlagen. Wie ihr seht, ist er total nutzlos. Dementsprechend vergessen wir das. Ja, wo geht's denn hier lang? Ach, hallo. Nein, spring nicht. Das Leben ist doch lebenswert. Willkommen zum total zufälligen TM-Quiz. Gibst du mir die richtige Antwort, gebe ich dir eine TM. Bist du dabei? Och Gott, ich kann sowas doch nicht. Ja. Los geht's. Hier kommt die Frage. Von welcher Attacke ist die Rede? Langsamere Pokémon kommen fünf Runden lang als Erster an die Reihe. Oh, shit. Ich habe überhaupt keinen Plan, muss ich euch ehrlich sagen. Vertrauenssache. Ja, ich vertraue auch, wenn du viel wiegst, vertraue ich dir, dass du irgendwann drankommst. Das würde Sinn machen. Dann bist du ganz sicher. Dann ist es wahrscheinlich falsch. Dann mal Bizarro-Raum. Ja, okay. Sie hat den Günther ja auch gemacht und mich nochmal gefragt. Richtig. Der Kandidat erhält 100 Punkte und natürlich eine wunderschöne TM. Ich muss dir wohl nicht extra sagen, welche. Bizarro-Raum. Das wäre doch was für Bisa-Flor eigentlich. Das wiegt doch, glaube ich, eine Tonne. Komm doch auch morgen vorbei. Gibt es mir wirklich einfach... Gibt die mir jetzt immer TMs? Wie cool ist das denn? Dann muss ich hier morgen auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Ich werde bestimmt nochmal in der Stadt sein, wenn das so weitergeht. Naja. War ich jetzt hier schon drin? Ich glaube nicht. Nee, das ist das Hotel. Herzlich Willkommen im Hotel Tempera. Das ist, glaube ich, immer die gleiche Frau. Die hat irgendwo so eine Falltür und da geht sie immer rein und geht dann ins nächste Hotel. Findest du es nicht auch ganz toll, wenn man etwas mit einer berühmten Persönlichkeit gemeinsam hat? Wie Amaro habe ich jetzt ein Schäfrum dabei? Nee, überhaupt nicht. Ich halte überhaupt nichts von berühmten Personen. Aber gut. Wusstest du, dass die Schauspielerin Diantha oft in dieses Hotel kommt? Wäre das klasse, wenn ich in demselben Zimmer übernachten könnte, dass sie sie sonst auch nutzt. Dann würde ich mich vielleicht auch wie ein Star fühlen. Ach. Wahrscheinlich, ja. Neuerdings geht eine Bande von Unruhestiftern um, die sich Team Flair nennt. Eine ziemliche Plage. Von einem solchen Pack sollte man sich fernhalten. Ja, was ist mit denen eigentlich? Die sind ja auch schon lange nicht mehr aufgetaucht. Wenn du mir ein Pokémon zeigst, das besonders zutraulich ist, schenke ich dir was. Ja, hier, Moony. Pass mal auf. Hier, Moony ist doch total zutraulich. Ihr habt doch fünf Herzen bei mir, dementsprechend. Ja, will ich doch. Oh, du willst nicht. Moment, vielleicht muss ich das auf erster Stelle haben. Pass mal auf. Ähm, Tausch. So. Müsst du eigentlich gehen dann. So. Der glückliche Blick an das Azumere verrät mir sofort, dass du ein sehr gutmütiger Trainer bist. Deshalb ist es auch so zutraulich. Hier, dafür bekommst du dieses Glücksei von mir. Ein Glücksei. Ist das so ein Überraschungsei? Wenn du dieses Glücksei einem Pokémon zum Tragen gibst, erhältest nach einem gewonnenen Kampf etwas mehr Erfahrungspunkte als sonst. Uh, das ist ja cool. Das ist ja toll. Das ist ja... Hm, das geben wir einem Pokémon auf jeden Fall. Wer könnte das bekommen? Balgora? Balgora ist immer noch irgendwie so ein bisschen verwirrt von der Paralyse. Das ist gerade ein bisschen problematisch. Ähm. Was haben die denn so? Ähm. Nee, eigentlich wollte ich... Nein, eigentlich wollte ich was anderes gucken. Moment. Äh. So, du kriegst... Ne, du behältst das bitte mal. Du behältst bitte... Das Münz-Amulett. So. Und... Item. Weitergeben. Evolid hier in Tafel Boylenhelm. Der Boylenhelm kriegt es mal. Der Boylenhelm ist jetzt auch nicht so toll, dass ich den jetzt irgendwie behalten möchte. Hm, Glücks-Ei... Deden. Zack. Ja. Fast. Gut. Okay. Alles klärchen. Ja, guck mal. Da macht es sogar mal Sinn, dass man Pokémon... Pokémon-Ami so ein bisschen... Sag ich mal... Ich könnte eigentlich mal wieder ein Pokémon-Ami rausholen. Was meint ihr? Ich könnte mal im nächsten Part mal wieder ein Pokémon-Ami-Action machen. Mal zur Abwechslung. Wo ich herkomme, legt man Pokémon-Eier in Sandbäder. Das ist eine sehr wichtige Information. Vielen Dank dafür. Ich werde es mir merken. Mr. Miteinander ist schon auch wieder hier. Ne, Mr. Miteinander ist man nicht. Da hat er die Schnauze voll. Tag, ich bin hier der Spieldirektor. Aha, du bist dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen. Sehr löblich. Wenn sich darin einiges angesammelt hat, musst du mir das unbedingt mal zeigen. Ja. Okay, wahrscheinlich will er mehr sehen. Das heißt, gibt sich halt nicht zufrieden mit dem, was ich schon habe. Naja. Okay. Na dann würde ich sagen, auf in die Bahn. Denn, ja, dafür sind wir hier. Wir wollen ja zur Pokémon-Arena. Sirena will noch einen Kampf haben. Obwohl sie wahrscheinlich wieder verlieren wird. Es sei denn, sie hat sich jetzt irgendwie 20.000 Rolf neue Pokémon gefangen. Ich will sprechen, gucken wir einfach mal. So. Oh mein Gott, das sind Diantha und Platon. Hallo, Bert. Hallo. Ich gratuliere dir. Wie ist er, hast du nun alles beisammen, was man für die Mega-Entwicklung braucht. Ein Mega-Stein für dein Pokémon, ein Mega-Ring für dich, den Trainer und ein starkes Band zwischen euch beiden. Band? Das ist nur eine Theorie von mir, aber ich glaube, das Band zwischen Pokémon und Trainern ist es, was diese Mega-Entwicklung erst möglich macht. Aber was genau ist dieses besagte Band? Warum gibt es nur in Carlos Fälle von Mega-Entwicklungen? Es gibt noch so viele ungeklärte Fragen. Vielleicht ist es ja so wie mit den legendären Pokémon von Carlos. Die existieren schließlich auch nur hier in der Carlos-Region. Oh, aber ja doch, guter Einwand. Je mehr man weiß es, desto mehr gibt es zu erforschen. Der wird einem nie langweilig. Oh, aber das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich bin gekommen, um mir das hier zu geben. Ein Foto von mir. Ja, da habe ich doch gerade noch von gesprochen. Mit der VM-Fliegen kommst du im Nu zum Pokémon-Center von jeder Stadt, die du schon einmal besucht hast. Bis später, Bert. Auf ein baldiges Wiedersehen, Dianter. Wenn ich Schauspielere suche, stets nach der Verbindung zwischen meiner Figur und mir selbst. Wenn ich mich darauf versteife, was die Figur von mir unterscheidet, bin ich sie schnell leid. Aber finde ich die Gemeinsamkeiten, kann ich mich wunderbar in diese Figur hineinversetzen. Aber genug davon. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bestreiten wir einen Pokémon-Kampf. Okay. Die hat bestimmt nur Parfis dabei. So wie die aussieht. Ich weiß nicht. Ich habe so ein Gefühl. Ich bin selbst Schauspielerin. Dianter nimmt die Magnetbahn. Bahn frei für die Magnetbahn. Okay. Aber was ist das denn? Platon flirtet mit Dianter? Das werde ich meiner Mutter sagen. So viel dazu. Naja. Unglaublich. Sei mir gegrüßt. Möchtest du mit der Magnetbahn fahren? Ja, natürlich. Ne. Ich gehe in den Magnetbahnbahnhof und frage die Rezeptionistin, weil ich ein Eis möchte. Deswegen bin ich hier. Aber habe ich keins gekriegt. Jetzt bin ich ein trauriger Mensch. Ja, so schnell geht das bei mir. So. Coole Sache. Dann sind wir auf der anderen Seite. Die Magnetbahn fährt immer wieder vorn zurück. Das erinnert mich an einen Metronom, das ich dir gleich schenken muss, weil, ja, ich bin so freigebig. So. Und der Bildschirm geht aus. Ich werde mich gleich aus dem Fenster stürzen, wenn das so weitergeht. Ich kann gerade nicht lesen, was er sagt. Setzt ein Pokémon, das ein Metronom hält, immer wieder dieselbe Attacke ein, wird diese stärker. Cool. So. Kann ich die Schlesefächer ausrauben? Leider nicht. Schade. So, und ihr? Sag, was magst du lieber, Pokémon oder die Magnetbahn? Ja, Äpfel und Bieren. Was ist das denn für ein Vergleich? Ich mag beides, aber die Magnetbahn ist super, weil man damit an ferne Orte gelangt. Und Pokémon hasse ich einfach, weil die fahren nicht so schnell wie Magnetbahn. Das ist total doof. Gipfelstation. Hier fährt die Magnetbahn ab. Cool. Mein tolles Iguana habe ich in der Nähe des Kraftwerks auf Route 13 getroffen. Wenn es eine Weile im Sonnenlicht geballt hat, strotzt es nur so vor Energie. Okay, okay, okay. Tempera City. Die Stadt umgeben von Küste und Kuppen. Tja, Leute. Es haben wir leider wieder nicht so viel geschafft, aber was soll ich euch sagen? Ich mache ja schon so lange Parts. Aber was soll ich denn machen, wenn mich so viel immer wieder auffällt? Pokémon, die du in Massenbegegnungen triffst, verfügen angeblich über seltene Fähigkeiten. Ist das so? Dann müsste ich mir dieses Voltilem eigentlich mal angucken. Aber gut. Hey, so sieht man sie. Kartoffeln, 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 Kartoffeln,encyterfölber Kartoffeln, 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 Tomaten, Brot, okay. Passt. Erzählt uns doch sowieso immer den gleichen Mist. Pokémon, die du im Tausch mit einem Trainer aus einem anderen Land erhalten hast, sind ein wenig leichter zu trainieren. Das wusste ich auch noch nicht. Das wusste ich aber wirklich noch nicht. So. Und du? Ja, ich möchte von dir noch was kaufen hier. Teimer Ball, Wiederball. Ja, mit Zunida kam doch... Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht davon, ein paar zu haben. Ich kaufe mal so ein paar davon. Hier. So, vier. Ne, das ist doof. Ne, ich brauche noch zwei. Ne, drei brauche ich noch. Das muss ja zehn sein. So, Wiederball. Selber mal ein Pokémon-Fall, dessen Art bereits gefangen wurde. Nutzlos. Flottball. Zumindest kann ich das am wirkvollsten. Ne, auch nicht. Ne, ne, eigentlich nicht. So, kaufen wir noch ein bisschen einen für heute. Ob wir das zumindest schon mal aus dem Weg geschafft haben. Ein paar Superbälle. Sagen wir mal hier zehn Stück. Ja. Ein paar Supertränke. So, neun Stück. Ja. Gut, so langsam muss ich mit dem Geld ein bisschen sparsamer umgehen. So, ein paar Beleber. So, was brauche ich noch? Eigentlich nichts, glaube ich. Schütz haben wir. Und wir sind bei 40 Minuten. Das heißt, ich muss leider kotzen, weil der Part schon wieder viel zu lang ist. Und wir den Wundertausch auch noch nicht gemacht haben. Was ich jetzt aber mal ganz schnell machen werde. Nach einem kurzen Schnitt. Deswegen bis gleich. So, Leute. Wundertausch. Ich habe ein bisschen geschnitten. Denn, ja, wir haben sowieso nicht mehr so viel Zeit. Und ich möchte jetzt ganz schnell noch was tauschen. Und zwar, ja, tauschen wir das VW von letztem Mal. Würde ich sagen. Oder was haben wir eigentlich in Box 2? Da haben wir ja auch noch ein paar Pokémon. Nein, den Hoden. Wir tauschen den Hoden. So, tschüss, Hoden. Ich hätte ihn wirklich so nennen sollen eigentlich. Das hätte bestimmt gegen Nintendo-Datenschutzbestimmung. Nee, nicht Daten. Das hätte bestimmt gegen die Nintendo-Bestimmung Verstoß, wenn ich es so genannt hätte. Was kann ich denn dafür, wenn es so aussieht? Bedankt euch bei den Entwicklern. Beziehungsweise bei den Art-Designern. Ist ja nicht meine Schuld. Gut. Wer bekommt es denn? Das hat sogar eine Herzschuppe dabei. Weil, naja, wenn man schon so ein Pokémon bekommt, dann wenigstens... Hier, aus den Feindachten... Wie viele Amerikaner eigentlich? Safari, Ghost? Ja, so ähnlich. Ist ein Geist-Pokémon. Ja, mit viel Fantasie. So, alles gut, die Lieblingsguss. Tja, was kommt denn da? Was bist du denn für ein komisches Teil? Interessant. Das sieht lustig aus. Ah, Moment, das kenne ich... Ah! Ach, so heißt du also. Genau, wusste ich es doch. Ich hatte deinen Namen noch in Erinnerung. Genau so heißt du. Ja, ja, stimmt. Richtig. Ähm. Whatever? Das meine ich, dass es das auch im Anime gab. Aber ich will mich jetzt nicht verquatschen, weil der Part schon über 40 Minuten lang ist. Ich möchte mich erhängen. Naja, wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Ü. Bis dahin. Vielleicht sogar schon mit der nächsten Arena. Naja. Ja. 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 Ja.